Hallo ihr Lieben, ich bin Mehdi und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zu dieser 10-minütigen Yoga-Stretch-Einheit, die sich ideal dafür eingeht, wenn es morgens mal ein wenig schneller gehen soll. Diese 10 Minuten sind eine ganz großartige Morgenroutine, aber eignet sich genauso gut für zwischendurch, wenn ihr innerhalb kürzester Zeit euren Körper mobilisieren und dehnen möchtet. Ja, und dann würde ich sagen, wir haben keine Zeit zu verlieren, Mathe ausgerollt und los geht's. Ganz viel Spaß! Wir beginnen im Schneidersitz. Zieh dein Gesäß nach hinten und oben raus, sodass du deine Sitzbeinhöcker gut im Boden spürst und hier einen ganz satten und aufrechten Sitz findest. Wir legen direkt los. Stell deine Fingerkuppen links und rechts neben dir auf, atme ein, heb deinen rechten Arm lang nach oben raus, Atme aus, zieh den rechten Arm rüber, zur linken Seite, linke Hand flach am Boden aufgestellt. Spür die Dehnung in deiner rechten Flanke und schieb den rechten Sitzbeinhöcker mehr Richtung Boden. Atme nochmal tief ein und aus und dann komm zurück zur Mitte, wechsel die Seiten, atme ein, heb den linken Arm, atme aus, zieh den linken Arm lang rüber zur rechten Seite, rechte Hand flach am Boden. Spür die Dehnung in deiner linken Flanke und schieb den linken Sitzbeinhöcker mehr Richtung Boden. Entspann die linke Schulter weit weg vom linken Ohr und atme auch hier nochmal tief ein. Und vollständig aus. Dann komm zurück zur Mitte und finde von hier aus in den Vierfüßlerstand. Hände schulterbreit, Knie unter der Hüfte ausgerichtet. Atme ein, komm ins geführte Hohlkreuz, nimm die Schultern zurück. Atme aus, komm in den Katzenbuckel, runde den Rücken, zieh den Nabel ran. Noch zweimal so, einatmen, Hohlkreuz, heb dein Herz. Ausatmen, mach dich ganz rund, schieb den Boden unter dir weg. Letztes Mal, einatmen, öffne dich. Und ausatmen, maximal rund werden, den Nabel einsaugen. Nächste Einatmung, neutraler Vierfüßler, gerader Rücken. Um die Wade etwas zu dehnen, stell nun deinen rechten Fuß nach hinten auf und schieb deine rechte Ferse nach hinten und unten. Lass die Hüftknochen auf einer Linie ausgerichtet, dein Bauch ist aktiv. Atme tief ein und aus. Und dann wechsel die Seiten. Stell den linken Fuß nach hinten auf und schieb ganz aktiv die linke Ferse nach hinten und unten Richtung Boden und nimm die Dehnung wahr. Tief einatmen. Und ausatmen. Sehr gut. Komm zurück in den Vierfüßlerstand, bring die Knie mattenbreit, lass dein Becken jetzt ganz stabil über den Knien ausgerichtet. Und dann wandere deine Hände nach vorn, während du deinen Oberkörper zum Boden sinken lässt und deine Stirn ablegst. Zwei Atemzüge in diesem angenehmen Herz öffne, der vor allem deine Schultern und deinen oberen Rücken dehnt und mobilisiert. Atme tief ein. Und aus. Nochmal ein. Und aus. Dann löst das Ganze allmählich wieder auf, wandere zurück in die Ausgangsposition, in den Vierfüßler, stirb die Füße um und schieb dich in den herabschauenden Hund. Lass die Beine leicht gebeugt und schenk dir auch hier nochmal ganz tiefen Atemzug ein. Und aus. Und dann bring von hier aus deinen rechten Fuß nach vorn zwischen die Hände, linkes Knie, linken Fußrücken erden. Atme ein, heb die Arme über die Seiten nach oben, richte dich auf. Atme aus, lass dich ein Stückchen tiefer sinken für den tiefen Ausfallschritt. rechte Ferse und linkes Knie ziehen energetisch zueinander, der Nabel zieht ran. Dann bring die rechte Hand auf deine rechten Oberschenkel. Atme ein, zieh den linken Arm höher, lehn dich leicht zurück. Und mit der Ausatmung zieh den linken Arm mehr rüber zur rechten Seite. Spür die intensive Dehnung in deiner linken Seite, aber vor allem in deinem linken Hüftbeuger. Nächste Einatmung, komm zurück zur Mitte, beide Arme heben. Und mit der Ausatmung bring die Fingerkuppen zum Boden und setz dich nach hinten auf deine linke Ferse. Rechtes Bein bleibt gestreckt. Atme ein hier, mach den Rücken nochmal ganz lang und mit der Ausatmung wandere mit deinen Fingern nach vorn und lass deinen Oberkörper tiefer Richtung Boden sinken. Flex deinen rechten Fuß, nimm die rechte Hüfte mehr zurück und spür die Dehnung in deiner kompletten rechten Beinrückseite. Sehr gut. Mit der nächsten Einatmung komm zurück in deinen Ausfallschritt, stülp deinen linken Fuß um und mit der Ausatmung tritt zurück in den herabschauenden Hund. Kleines, aber feines Vinyasa. Einatmen, roll nach vorn, schiefe Ebene. Ausatmung, senk über die Knie am Boden ab. Ein kleine Kobra langer Nacken. Aus, leg die Stirn mit Länge ab. Einatmen, schieb dich zurück Richtung Fersen, stülp die Füße um. Und aus, herabschauender Hund. Andere Seite. Bring deinen linken Fuß nach vorn zwischen die Hände. Rechtes Knie und rechten Fußrücken erden. Einatmen, richte dich auf, Arme über die Seiten heben. Und ausatmen, setz dich tief und satt in deinen Ausfallschritt auf der anderen Seite. Dein Nabel zieht nach innen und oben und die Schultern sind ganz entspannt. Bring die linke Hand auf deinen linken Oberschenkel. Atme ein, zieh den rechten Arm höher, lehn dich leicht zurück. Und mit der Ausatmung zieh die rechte Hand mehr rüber zur linken Seite. Spüre hier wieder diese unglaubliche Dehnung in deiner rechten Körperhälfte, vor allem in deinem rechten Hüftbeuger. Mit der nächsten Einatmung beide Arme wieder heben, ausatmen, Hände zum Boden, setz dich nach hinten auf deine rechte Ferse, linkes Bein bleibt gestreckt. Atme ein hier, mach den Rücken lang, heb dein Brustbein. Atme aus, laufe mit deinen Fingern nach vorn und lass deinen Oberkörper tiefer Richtung Boden sinken. Und es spielt dir überhaupt keine Rolle, wie tief du in diese Dehnung kommst. Wichtig ist, dass du mit deiner Aufmerksamkeit bei dir bleibst und dich ganz bewusst mit deinem Atem verbindest. Sehr gut. Mit der nächsten Einatmung komm zurück in deinen Ausfallschritt, linkes Bein beugen, rechten Fuß umstülpen. Und mit der Ausatmung tritt in den herabschauenden Hund. Sehr gut. Nächste Einatmung roll nach vorn, schiefe Ebene. Und mit der Ausatmung komm über deine Variante in Bauchlage. Für die Swings stell nun die Unterarme auf, sodass sich deine Schultern über den Ellenbogen befinden. Fußrücken pressen aktiv in den Boden. Und dann schieb von hier aus dein Herz nach vorne und oben, während du deine Hände vom Gefühl her eher zu dir ranziehen möchtest. Spür die Dehnung in der gesamten Vorderseite deines Körpers und die Öffnung in Brust- und Herzraum. Atme ein hier. Und mit der Ausatmung löse auf, bring die Stirn zum Boden, Hände unter die Schultern aufgestellt. Von hier aus schieb dich zurück in die Haltung des Kindes. Arme lang nach hinten, neben dem Körper ausgestreckt. Atme tief ein. Und aus. Und dann richte dich von hier auf in den Fersensitz und lass dein rechtes Ohr zur rechten Schulter fallen. Wenn du magst, lass die Augen geschlossen. Spür die Dehnung im Hals- und Nackenbereich auf der linken Seite. Dann roll deinen Kopf über vorne rüber nach links. Dein linkes Ohr fällt zur linken Schulter. Spür die Dehnung im Hals- und Nackenbereich auf der rechten Seite. Sehr gut. Von hier aus richte deinen Kopf wieder ganz mittig aus. Atme ein. Heb die Arme über die Seiten kraftvoll nach oben. Umarme den Tag. Und mit der Ausatmung bring die Hände vors Herz und senk den Blick. Schenk dir ein Lächeln und bedanke dich bei dir selbst für diesen wunderschönen und achtsamen Start in den Tag. Vielen Dank. Namaste. Ausatmung. Spür die Dehnung im Hals- und Nackenbereich auf der rechten Seite. Abdechne Williamado. Aber das war's fähne. Da-olin-isches Fähne. Immer. Der Satz ist a delight. Euer. der hat. 41. Willy. Und wir kommen uns? in den. der spot. Weiner Zu.